Ja, hallo ihr Lieben, wir sind jetzt im Rio Checlana und ja, haben jetzt hier ein normales Standard-Doppelzimmer im Block 36 und das Zimmer 21. Und ja, hier seht ihr erstmal das ganze Zimmer. Großes Bett, kleine Sitzecke, Safe ist hier mit inklusive. Dann ist eine Minibar dabei, wo Wasser aufgefüllt werden kann. Und ja, wir haben jetzt hier noch einen kleinen Balkon mit dabei. Der jetzt hier raus auf die Gartenanlage geht. Und ein schönes, großes Bad mit Badewanne. Schöne Badewanne, Waschbecken. Alle schönen Handtücher. Idee und Tonne. Ich bin der Hubert, ich wünsche euch viel Spaß mit unseren Videos, Matthias und meins. Einfach unten auf Gefällt mir klicken und einfach die weiteren Videos anschauen. Wir werden jede Menge hier im Club machen. Viel Spaß mit den Videos und ihr könnt uns auch anrufen, könnt euch gerne euren Urlaub auch bei uns buchen. Liebe Grüße, Hubert und Matthias. Bis dahin, ade, tschüss. Und dann gibt es die Zinösschen.